ja hallo liebe uhrenfreunde ich begrüße euch ganz recht herzlich hier im federhaus auf meinem kanal mein name ist alexander und heute zeige ich euch im hands-on beziehungsweise im versus omega seamaster da war 300 meter kurz smp gegen die seamaster planet ocean in 43,5 mm die smp kommt in ihren aktuellen 42 mm gehäusedurchmesser an dieser stelle noch mal vielen dank an konstantin der hat mich auch ein bisschen auf dieses video gebracht und der hat gesagt mensch du hast doch die möglichkeit ich habe doch auch mal diesen vergleich gemacht und du kannst die uhren mal nebeneinander live zeigen mach doch auch mal sowas und ja hier sind wir jetzt also und ihr starten wir direkt mal mit einem der design merkmale der smp schlechthin nämlich mit dem charakteristischen armband bei den schließen nehmen die uhren sich überhaupt nichts die sind beide identisch und die zeige ich auch später noch mal im detail hier gucken wir uns einfach mal das armband der planet ocean an das kommt tatsächlich ohne halbe bandelemente da sei noch mal darauf hingewiesen bei der smp sind aber kürzere bandelemente vorhanden zwei stück bei der plant ocean gibt es diese allerdings nicht so wenn man das jetzt hier sieht im direkten vergleich dann finde ich einfach dass die smp durch dieses armband einen höheren wiedererkennungswert hat wohingegen die planet ocean das armband so ein bisschen generischer ist es ist auch ein schönes und hochwertiges armband mir fehlt ein bisschen finesse am armband weil leider hat omega im zuge der überarbeitung der planet ocean vom vorgängermodell eben die politur am armband weggelassen an der außenflanke und das komplett matte armband finde ich wirkt nicht so hochwertig wie es wirken könnte aber das meine ich jetzt nicht auf fertigungstoleranzen bezogen sondern einfach nur von der optischen wirkung her weil mir da einfach so ein bisschen diese finesse fehlt weil das armband eben jetzt komplett matt ist hier schauen wir uns das zifferblatt der smp an die charakteristische welle des zifferblattes aus keramik genau wie das zifferblatt der plant ocean auch wir haben bei beiden uhren hochwertigen zeigersatz und hochwertige indizes ich bin so ein kind der 90er das heißt für mich hat sich dieses design der schwerzeiger schon etabliert das gefällt mir sehr gut wenn man fair sein möchte muss man aber sagen die planet ocean ist noch besser ablesbar die zeiger sind einfach noch plakativer und sie sind einfach extrem hochwertig ausgeführt hier seht ihr mal diese extrem breite anpolierte phase auf dem gehäuse der plant ocean da wird einem eigentlich dann bewusst wie viel höher die planet ocean im vergleich zur smp ist wenn man betrachtet wie massiv breit diese polierte phase ausgeführt ist hier haben uns eben noch mal die beiden kronen angeguckt und jetzt schauen wir mal einen blick auf die rückseite dann nehmen sich die uhren optisch nicht so viel die gehäuseböden sind beide exakt gleichwertig ausgeführt auch die uhrwerke sind von der optik her extrem dicht beieinander nur technisch gibt es eben unterschiede zur planet ocean die planet ocean bietet zwei federhäuser fünf stunden mehr gangreserve da kommt die planet ocean auf 60 stunden und die smp eben nur auf 55 und die planet ocean bietet einen unabhängig verstellbaren stundenzeiger das demonstriere ich gleich auch noch schließen wie schon gesagt absolut baugleich beide mit einer ausklappbaren taucherverlängerung und dieser rutschenden feinjustage die kann man aber noch natürlich präzise ausrichten und wird verstellt jeweils in zwei millimeter schritten hier zeige ich euch die beiden uhr noch mal nebeneinander eine kleine anmerkung übrigens zu den lünetten noch ich habe jetzt gerade beim voiceover festgestellt dass ich gar nicht die lünetten näher gezeigt habe wie die sich bewegen sozusagen beide lünetten lünetten rasten mit 120 klicks und sind einseitig drehbar von der wertigkeit her ist die planet ocean da der s&p überlegen muss ich ganz ehrlich sagen die s&p lünette rastet zwar auch sehr sehr präzise aber die planet ocean lünette rastet noch ein bisschen satter und ist da der s&p überlegen finde ich das ist so ein punkt wo ich sagen würde oder wo ich mir wünschen würde dass die s&p in zukunft noch hochwertiger wird bei dem rastmechanismus der lünette hier seht ihr die uhren an meinem handgelenk 18,5 zentimeter umfang ungefähr und die planet ocean trägt sich auch sehr kompakt weil das gehäuse eigentlich nicht so riesig und wuchtig ist zumindest nicht in der im durchmesser und in der horn zu horn länge planet ocean kommt dann eben in der höhe da macht sich das bemerkbar und jetzt gucken wir uns noch mal das zifferblatt von der planet ocean an die hat einfach ein paar schöne details die planet ocean und im grunde genommen die planet ocean die richtige uhr für denjenigen für den die s&p vielleicht doch ein bisschen zu filigran und ein bisschen zu klein scheint und einfach die typischen designmerkmale der s&p nicht so mag die schwerzeiger vielleicht auch das armband nicht so sehr der ist mit der planet ocean definitiv definitiv sehr gut aufgestellt und hier zeige ich euch einfach mal diese schnell verstellung vom stundenzeiger hier kann man dann auch das datum mit korrigieren und da unterscheiden sich die beiden uhr nehmen dann auch noch mal die s&p hat eine klassische schnell verstellung vom datum wohingegen man eben bei der planet ocean über den stundenzeiger das datum dann einstellen muss und ja hier sieht man dass die s&p hat so ein bisschen mehr weißen touch drin durch die emaille füllung in der lunette und auch die weißen prinz auf dem zifferblatt bei der plant ocean haben wir eine liquid metal füllung und das ist auch spiegelt sich auch in den prinz auf dem zifferblatt wieder denn dort ist alles eher silberig gehalten so im grunde genommen braucht man eigentlich beide aber ja ich überlasse es euch wer ist eurer favorit schreibt es mir in die kommentare und ich hoffe dieser vergleich hat euch auf meinem kanal gefallen und dann sage ich ciao bis zum nächsten mal im fehlerhaus macht's gut ihr lieben schreibt es euch